Sie können bedingt entscheiden, wer was bekommt, einfach immer im Rahmen des Gesetzes. Es gibt gewisse Personengruppen, die erben immer. Das sind die gleichteilgeschützten Erben. Kinder, Ehepartnerinnen, Ehepartner gehören dazu. Dann haben Sie aber auch noch einen freien Teil und diesen dürfen Sie so vergeben, wie Sie möchten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017